Stadt Viume mit Gebiet auch als freie Stadt Viume bzw. Rijeka bezeichnet, war eine historische Verwaltungseinheit im Süden des Königreichs Ungarn. Die als Korpus Separatum bestehende Verwaltungseinheit wurde von der ungarischen Regierung zentral verwaltet. Das Gebiet hatte eine Fläche von 21 Quadratkilometer. Die Bevölkerungszahl belief sich nach der Volkszählung von 1890 auf 29.494, 1900 schon 38.955 und 1910 dann 49.806. Zur Verwaltungseinheit, die auch einen eigenen Gouverneur und eine eigene Verwaltung hatte, gehörte neben der eigentlichen Stadt und ihrem Hafen auch noch ein Gebiet, das drei Dörfer umfasste, Kosala bzw. Kosaa, Drenova, Place bzw. Plase. Die Stadt Rijeka gehört heute zur Republik Kroatien und ist Verwaltungssitz der Gespannschaft Primoje Gorski Kota. Geschichte Die Ursprünge der Entstehung des eigenständigen Gebietes liegen in einer Verfügung Maria Adersias 1779, in der sie das damalige Fiume als Corpus Separatum eine eigenständige, autonome Körperschaft definierte. Damit wurde die Stadt direkt der Habsburger Krone unterstellt. Nach der Unterbrechung durch die Napoleonischen Kriege und der Angliederung an Italien kam die Stadt 1823 mit ihrem Hinterland als Integraler Bestandteil zur ungarischen Krone. Die italienische Verwaltungssprache wurde dabei beibehalten. Durch die oktroyierte Märzverfassung 1849 als Folge der Revolution von 1848 erhielt Kroatien Slavonin mit Fiume innerhalb des Königreichs Ungarn eine größere Autonomie. Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich kam Fiume als freie Stadt zurück unter direkte ungarische Verwaltung. Der Status war jedoch im Hinblick auf den ungarisch-kroatischen Ausgleich nicht geklärt. Zwar wurde der Ausgleich von den Ungarn abgeändert und die Stadt, der Hafen und die Umgebung vom Gebiet Kroatiens getrennt und unmittelbar der ungarischen Krone unterstellt. Die Verwaltung wurde dann am 17. April 1872 durch den ungarischen Innenminister mit einem Statut zeitweilig geregelt. Dieses Statut konnte nur durch die aus 56 Mitgliedern bestehende und auf sechs Jahre gewählte Rabrasentanzer geändert werden. Diese Vertretung wählte den Bürgermeister, während der die ungarische Regierung vertretene Gouverneur auf Vorschlag des Ministerpräsidenten vom König direkt ernannt wurde. Diese Autonomie kam einer Selbstverwaltung eines Munizipiums gleich. Diese Autonomie wurde 1907 geschwächt und schließlich 1913 außer Kraft gesetzt. Der provisorische Status blieb jedoch bis zum Ende der Monarchie bestehen. 1919 wurden die Stadt und das Gebiet noch während der Friedensverhandlungen von italienischen Freischellern besetzt und in den unabhängigen Freistaat Fiume umgewandelt. Statistiken 1910 gab es in Fiume und Gebiet 2511 Wohnhäuser, 49.806 Einwohner, 36.359 Bewohner, die lesen und schreiben können. 3,2 Kilometer fließendes Gewässer 3,2 Kilometer fließendes Gewässer 5,2 Kilometer fließendes Gewässer 5,2 Kilometer fließendes Gewässer 5,2 Kilometer fließendes Gewässer 6,2 Kilometer fließendes Gewässer